hallo hier ist euer roberbox 28 und ja ich mache jetzt hier ein kleines video für das neue kanal design aber jetzt habe ich es gerade vergessen ist ja egal wenigstens live und unsensiert und so wie ich bin ungeplant immer in alles rein und jetzt gehen wir auch mal auf die analystik und dann kann ich euch auch zeigen wie man da drauf kommt und dann auf das dashboard und nachher hier auf informationen zum neuen kanal design kann ich ihnen wieder darauf furzen nach können wir für informationen können wir hier unten kann sich bundled anmelden und nach lädt die informationen könnt ihr hierbei tutorial finden von let's promo link in der video beschreibung hier kann man die tapete runter läden oder wie das nachher aussieht kleine information dazu also auf tv wenn ich einen verfügt wo apps installieren kann wieder samsung fernseher oder sharp fernseher oder ganz einfach über den laptop hier rechts klicken und das pop out öffnen und dann kommt auch die tv version von youtube das ist die tv version von youtube wo man auf dem pc schauen kann link in der beschreibung ihr könnt das hier runterladen auf dem fernseher würde man das ganze bild hier sehen das wo hier so hier oben steht es auch sogar das bild wo 2120 192 ist wie man das sehen wie man das ganze bild im hintergrund sehen und hier nur auf dem mobil oder auf kleinen desktop pc auf dem tablet bei dem rosa roten und bei desktop maximum das heißt wenn ihr ein 27 zoll oder 24 zoll monitor habt oder so wie das komplett hier angezeigt und dann hier wird es auf dem desktop wird der banner automatisch größer gemacht hier sind noch die beispiele hier ist es so die kleine version die große version hier nochmal auf dem ipad und dann kann sogar wenn ich jetzt hier ein schritt zurück in die vergangenheit gehe noch mal ein schritt zurück in die vergangenheit gehe können wir mal bei welchem sieht man das ich am besten bei epic metal t sieht man das glaube da jetzt näher ranzoom das geht nicht aber doch es wird immer kleiner der banner oben hier aber jetzt sieht ja das logo dass es fast dort drin ist ja in dem totenkopf hier vom logo wenn man raus zoomt wird das wieder verschoben also das ganze auf 200 prozent oder so das wäre auf dem ipod die größe dann vom banner das gerne und auf 150 das vom tablet und eines größe auf 110 oder so wo ich immer auf youtube bin ist der banner dann ganz groß wie lange nehmen wir schon auf schon 4 minuten so und dann werden wir so neben so wie so schon hier vorhin gesagt habe so das müssen wir noch mal hier zurück 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 nachher noch mal hier auf die template tapete eben dann muss man noch schauen dass das video vom lesbromo ist unten in der video beschreibung dass hier in der mitte sozusagen das hauptlogo ist das hauptlogo ist wo euer name steht und beim tablet könnt ihr sonst irgendetwas noch hin machen und da auch und wenn ihnen eh die meisten werden eh über pc laptop oder so schauen oder über die app auf der xbox ps3 oder so dort wird auch das tv hinzu kommen ich meine das tv kanal hintergrundbild weil youtube abgedatet worden ist auf den konsolen so viele ich weiss aber bei der xbox ist es so bei der playstation 3 weiss ich es nicht weil ich keine besitze leider und ja zurzeit sieht es fast so aus wie wenn man hier das pop-out öffnet und ja ich kann jetzt euch mal zeigen wie weit dass ich jetzt schon vor gefahren bin ich habe das von let's promo runter gezogen ich finde es eben nicht mit dem download verlauf oder wir drücken einfach mal schnell pause so jetzt bin ich wieder zurück habe es gefunden letztes bild hier von ihm habe jetzt einfach das getönt habe ich geöffnet das bild sieht sehr spektakulär aus das ist einfach so eine vorlage dann habe ich mir das gespeichert und da save an normalbild save an normalbild ist gut gedutscht und dann habe ich das als png gespeichert und dann habe ich mir das können wir irgendwo in den kaka reinschieben dann habe ich das mit pimp my ride geöffnet mit gimp my ride gimp 2.8 nachher habe ich mal dieses hässliche bild geöffnet nachher geschaut ob das wirklich so groß ist und es ist so groß das heißt wir können es lassen und die ramme ich habe gemeint man kann nur den banner hochladen und das wärs und wegen dem habe ich mein banner genommen wo ich mir schon vorgetunt habe wo es schon die richtige maße hat nachher habe ich den reingefügt und natürlich hier oben und unten weiss gemacht weil ich noch nicht weiss was ich da oben und unten rein mache schreibt es mir in den kommentaren wie ihr mein banner findet und ja hier muss man schauen was ich oben und unten noch mache link für den download der tapete in der beschreibung jetzt sieht es mir so aus einfach ich habe da schwarz noch rand herum gemacht dass ich wenn ich etwas hier im bild ändern will dass es auch geändert wird und ihr habt geschaut dass mein name hier drin platz hat es geht sogar bis hier der minecraft sieht man ein bisschen und vielleicht den battlefield typen und der ist einfach so und oben und unten aber jetzt weiß link in der beschreibung für dieses ding da für die tapete und ja wenn ihr wollt könnt ihr einen link oder eine video antwort schreiben was ihr für ein kanal bild erstellt habt und eine kleine information jetzt noch zu meinem banner ihr könnt auch abschalten wenn ihr wollt das elgato gaming habe ich jetzt einfach als kleine schleichwerbung genommen weil ich mit der elgato gaming oder elgato game capture hd aufnehme und twitch steht dort unten weil ich dort live stream mache und bei wog weil ich dort meine spiele bestellen und dort auch ein forum habe bei world of games und das ist nur für die schweiz wog.ch ich kann es euch mal zeigen ich habe einen geilen pornverlauf hier äh ihr könnt auch abschalten wer will der kann jetzt noch weiter schauen und mein sinnloses gelaber anhören so gehen wir nochmal schnell auf meinen kanal ich habe ja hier da äh wo man die world äh die elgato game capture hd kaufen kann bei world of games ich hoffe dass jetzt gerade nicht meine offene richtung angezeigt wird ach ne zum glück habe ich die schon eingezahlt nanana so dann kann man hier dann noch auf community schreibt es mir in die kommentare wenn ihr wollt dass ich mein forum von world of games auch noch hier unten in die beschreibung nehme äh wie ging das jetzt nochmal wog forum wog forum wog forum mein profil war das klar forum da war es oder block da block war es block 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 und ja schreibt es mir in die kommentare wenn ihr bock habt und ja wenn wir feuern und link in der beschreibung zum let's promoboy und den download von der von der tapete hier äh auch in der beschreibung also das war europa box 28 noch viel spaß beim zocken beim rocken und beim haare färben und der schwester auf den geist gehen mit dem dass sie ganz laut zackt und musik hört dabei bye bye wünsche euch noch einen schönen tag mit dem